So, mein Freund, du dürfst dich auch gerne schneller bewegen. Ist ja ätzend. So, mein Freund, du hörst dich, du hörst dich. Das ist der Hammer. Das ist schon nicht schlecht, dieses Teile. Ich komme ja auch gar nicht mehr auf die richtige Position. Du kommst gar nicht mehr auf die richtige Position. Da komme ich. Vielleicht muss man... Warte mal. Ich glaube, ich weiß wie. Aha. Weil... Es hat sich ja die ganze Zeit gedreht. Wir erinnern uns, es hat sich die ganze Zeit gedreht. Gucken wir mal, das war... Das sind die zweite Teile. Jetzt müssen wir zum anderen links. Stoppen wir das eventuell auch nochmal. Ach, das wird hier auf dieser... Da ist es. Auf dieser blöden Oberfläche laufen müssen. So. Hä, du willst nicht? Oh, nicht. Ich hab diese blöde Waffe. So, jetzt nochmal. Stase. Generator mit Müll angebracht. Zentrifugen an und wieder hergestellt. Ja, sehr gut. Oh, ich seh nix. So. Die Zentrifuge dürfte wieder laufen. Müssen wir nur noch zusehen, dass wir das aktivieren können. Ah. Müssen wir das nur noch aktivieren. Hä? Wie komm ich hier rauf? Jetzt muss ich nur noch hier irgendwie ran. Na komm. Boah. Das gibt's nicht. Jetzt haben wir das hier endlich mal gerafft. Kupplung aktiv. Und jetzt komm ich hier nicht... Nicht ran hier, ey. Stampfen, ja toll. Das ist so geil. Ich liebe es nicht. Äh, da, 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 da. Warte mal ganz kurz. Wo ist es denn? Maus-Modifizierung? Nein. C-Modus. Sie-Wur-Sie-Sprung. Steuerung, Steuerung, rechts. Okay. Sie-Wur-Sie-Sprung. Steuerung, Steuerung, rechts. Alles klar. Da. Ich muss jetzt irgendwie wieder rüber. Ich muss jetzt irgendwie wieder rüber. So, es ist immer noch verdreht. Ich komm irgendwie nicht mehr auf die richtige... Da hin soll ich. Ja, das ist mir schon total klar, dass ich da hin soll. Da hin soll ich. Ja, das ist mir schon total klar, dass ich da hin soll. Das ist mir alles total klar, dass wir da ran sollen. Was? Wir müssen erst mal können. Erst mal können. Da kommen wir nicht ran. Ah. Gott, jetzt stehen wir wieder zumindest mal richtig rum. Das müssen wir nur noch. Ne, das ist doof. Da hinüber. Das ist doch ein Schmarrn. Ja, zum... Also, ich quäle mich hier gerade echt ein bisschen rum, ne? Muss ich ehrlich sagen. Kommst du nicht rum? Jetzt auf einmal. Aha, okay. Das war nicht, wie immer ich das jetzt auch gemacht hab. Hm. Hm. Mann, Mann, Mann. Ja, ich würde ja gerne... Wie machst du das denn? Boah, ich hasse diese Scheiße, ne? Ganz ehrlich. Jetzt komme ich da nicht mal hoch. Das ist doch Müll. Das ist der Hammer. Was ist das denn? Hier ist Luft. Hm. Das ist total hart. Zielen und dann manchmal wirklich total dämlich. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo ist denn das Ding jetzt da oben? Mann, Mann, Mann. So, jetzt aber. Dann konzentrieren Sie sich auf den Antrieb. Keine Ahnung, wie viel Zeit wir noch haben. Wir müssen aufpassen. Boah, Alter! Wo kommst du denn her? Läuft die wieder? Noch nicht, ne? Wo ist denn das Mistvieh? Wo? 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 Zentrifuge aktiviert. Gravitationsausgleich für die Planetare Fracht wieder aufgebaut. Gravitations wieder hergestellt. Eintritt ins Vakuum. Wo? 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 Komm, 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 komm. Sehr gut, Isaac. Die Zentrifuge und der Gyro-Antrieb sind beide stabil bei 100%. Verschwinden Sie da und konzentrieren Sie sich auf den Antrieb. Keine Ahnung, wie viel Zeit wir noch haben. Okay, wir müssen mal ganz kurz. Genau, den brauchen wir jetzt mal ganz kurz. Jetzt lauf, 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 la Komm schon. Ja, 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 komm. Komm. Wenn du was raus hier hast, ja. Meine Bitte. Woah. Oh. Himmel. Meine Güte. Mein Gott. Oh oh. Oh oh. Hier war doch noch was. Nehmen wir mal mit. Nachladen. Ganz wichtig. Nichts hier raus hier. Meine Güte. Ja. Ja. Ich habe mich im Serverraum verbarrikadiert. Ich kann hören, wie sie sich draußen bewegen. Ich glaube, sie wissen nicht, dass ich hier drin bin. Ich kann mich von hier aus in alles einloggen. Ich habe mich ins Root-Verzeichnis gehackt und einige Berichte aus der Kolonie gefunden. Schon bevor sie den Planeten angebot haben, verbreitete sich diese Geistesschwäche unter den Kolonisten. Anscheinend hängt das mit einem Artefatt zusammen, das sie auf dem Planeten gefunden haben und das sie Marker nennen. Ich werde mich weiter umsehen. Ich weiß, wo du bist und werde die Tür zum Treibstoffdepot öffnen. Von dort aus kommst du weiter in die Antriebskammer. Okay, wir gucken aber erstmal in den Shop. Alter Falter. Energieknoten können wir uns nicht leisten. Das ist echt übel. Aber diesen Halbleiter, den können wir verkloppen. Können wir echt mal verkloppen. Ripper-Klingen. Plasma-Cutter-Impulsgewehr. Ripper. Fängt auch noch was. Auch nochmal was. Safe haben wir ja auch noch Zeugs. Strahlenkanone. Haben wir die? Nee. Ach, jetzt war ich noch gar nicht fertig. Nochmal. So. Slicer mit breitem Strahl und zeitgesteuerten Minen. Das ist ja nett. Den haben wir hier. Energieknoten. Zum Upgraden unbedingt. Ähm. Der war doch hier, ne? Da gehen wir mal rein. Wir gucken mal. The USG Ishimura. Biggest planet cracker in her class. Why is it all dark? I don't see any running lights. Das ist schön. Das ist schön. Holden. By Maritime Law, Artikel 5469. Das ist unser Aufmerksamkegnen. Aufmerksamkegnen. Jetzt kann man sich nicht gut drauf nehmen,